Und vielleicht haben Sie zu Hause ja auch Lust, mal so ein tolles Projekt zu unterstützen. Dann kaufen Sie doch einfach ein Los und tun sich und der Umwelt was Gutes, denn man kann auch jede Menge Geld gewinnen. Und Sie wissen ja, die Gewinner-ID, die gibt es immer als allererstes Freitag, Viertel nach sieben, hier bei Alle Wetter. Und die lautet in dieser Woche 477 920. 290, 477 290. Null. Sonst lese ich immer vom Bildschirm ab, kaum muss ich mal was auswendig sagen, klappt schon nicht. So, das ist wichtig, denn wenn diese ID auf Ihrem Los steht, dann haben Sie gewonnen. Den Hauptpreis, wie viel das ist und wie die Quoten ansonsten verteilt sind und welcher hessische Landkreis mitgewonnen hat, das finden Sie auch auf der Homepage lotto-hessen.de.